Ja hallo Leute, hier wieder Doso, diesmal mit Channel Insight. Ich habe ganz vergessen, dass letzte Woche ja ein Jubiläum war, nämlich ein Halbjahresjubiläum. Wir haben jetzt schon 26 Wochen hochgeladen. Das ist ja, finde ich, eine geraume Zeit und wie gesagt, meinen recht herzlichen Dank für die vielen netten Kommentare und die vielen Freundschaften, die ich hier auf YouTube gefunden habe. Aber, das besondere aber kommt ja jetzt. Wir haben vor 26 Wochen, also am 28. Oktober 2010 begonnen, hochzuladen, euch Augen und Ohren zu verdrehen und ich mir den Mund fußlich zu reden. Und das ist ja nicht genug, weil immer wieder die Frage kommt, ja, lieber Doso, mach doch mal ein Abo-Special. Leute, Abo-Specials sind so ein Ding. Ich habe viel nachgedacht und bin auf keinen gemeinsamen Nenner, auf keinen grünen Zweig gekommen. Ich weiß einfach nicht, was ich euch Spezielles machen soll. Und habe natürlich dann gleich mal nachgefragt und dann kam mal der Vorschlag, tu irgendwas, was du gerne tust. Ja, Leute, ihr seht ja, irgendwie ist das nicht ganz gesetzkonform. Und, ja, ich glaube, das passt auch nicht ganz hierher. Und der nächste Vorschlag war halt, mach irgendwas, was du besonders liebst. Ja, was soll ich sagen, das passt ja schon gar nicht hierher. Wäre sehr reizvoll, aber diese Videos stellen wir nicht hoch, ist doch klar. Und dann kam noch ein Vorschlag, mach doch das, was du immer oder öfters tust als sonst. Ja, würde ich ja auch gern, ist ja kein Problem, nur kann ich ja dann nicht mehr aufnehmen. Das ist ja so das Ding dabei. Drum, ihr Lieben, ich brauche eure Hilfe. Ihr müsst mir sagen oder ihr müsst Vorschläge machen. Einfach mir posten, mir schreiben, den Briefkasten vollschmeißen mit Vorschlägen, was ihr gerne sehen wollt. Ich denke da an, was das Fragen beantworten. Oder, ja, Zusammenfassung des Jahres. Oder, ein Live-Skype-Treffen, irgendwann einmal am Wochenende mit einer Fragestunde oder mit einer Quatscherei. Oder, nun gut, irgendwas. Ich bin mir ganz sicher, euch fällt was ganz, ganz Besonderes ein. De facto, ich werde jetzt dieses Video hochstellen und zwei Wochen warten. Und dann die Vorschläge ein wenig bewerten, aber nur im Hinblick, ob es machbar ist oder nicht. Also Leute, haut einfach rein. Macht Vorschläge. Aber bitte nicht, welche, die unter diese drei Kategorien fallen. Okidoki, weil das geht einfach nicht. Ich bin schon gespannt und, ja, das Video, dieses Abo-Special wird sicher ganz was Besonderes. Denke ich halt einmal. Also dann, in diesem Sinne, viel Spaß noch. Und habt keine Scheu. Macht Vorschläge, auch wenn sie euch, ja, nicht so sinnvoll erscheinen. Vielleicht machen sie extrem Spaß. Wünsche euch noch einen schönen Abend. Und ich verzüß mich da ein wenig. Bis dann, Leute. Euer Toso. Ciao.